So, willkommen Freunde, wieder zurück, endlich mal zu Don't Starve und allgemein jetzt das erste Video, das ich hier wieder aufnehme, das erste Let's Play, das ich hier aufnehme, ähm, nach dem Urlaub auf den Philippinen, yeah, falls ihr euch jetzt fragt, wo das Video bleibt, ich sag euch gleich, das kommt erst etwas später, ähm, ich werd versuchen, die nächste Woche, oder innerhalb der nächsten zwei Wochen hochzuladen, mal schauen. Er kommt auf einige Faktoren drauf an, ich wollte jetzt einfach mal sagen, also ich wollte jetzt nicht gleich im Spiel einsteigen, sondern ich wollte einfach mal jetzt erstmal sagen, dass ich wieder da bin und sagen, dass sich ein bisschen was ändert, aber ich möchte nicht zu viel verraten, ihr seht's einfach, seid einfach gespannt, ihr seht's einfach, es ändert sich sehr viel, aber euch wird's sehr gefallen. Gut, ähm, wir waren hier, wir machen hier ja immer einen Tag weiter, das heißt, ich muss erst mal einsteigen, sorry, ich weiß grad echt null, wo wir stehen geblieben waren, wir haben glaub ich die Mauer fertig gemacht. Genau, wir haben die Mauer fertig gemacht. So, aber jetzt erstmal, so, aber jetzt erstmal, was, 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 was wollen wir denn machen? Jetzt sind wir irgendwie mit irgendwas knapp bei Kasse oder so, dann legen wir erstmal, äh, dann bin ich doch gar nicht. Wo ist denn der? Legen wir den doch einfach mal hier rein, was brauchen wir denn noch nicht? Das ist gut. Brauchen wir das Gold? Lass uns erstmal alles reinlegen, oder? Ich weiß leider nicht. Oh, ich wurde grad angeschrieben. Ah, okay. Gut, ich weiß Bescheid. Ist ein Freund. So. Ähm. Gut, dann lass uns erstmal die Steinhacke nehmen, die Spitzhacke nehmen. Laufen wir erstmal hier ein bisschen rum. Wir haben ja hier uns so einen schönen Wald angepflanzt. Na ja, Wald kann man es nicht nennen. Ziemlich mager. Ich hoffe jetzt aber nur, dass meine Stimme aufgenommen wird, aber das werden wir hören oder sehen. Wenn nicht, muss ich den Ton aus der Kamera nehmen, notfalls. Das wollte ich euch gleich sagen. Die Änderung kann ich euch gleich erzählen. Preisgeben. Es wird Gears. Gears brauchen wir, glaube ich. Es wird mehr Facecam kommen. Das heißt, eigentlich so gut wie nur noch Facecam. Ach, das können wir nicht nehmen, ne? Ähm. Da ich einfach gemerkt habe, dass es sehr gut ankommt. Ich merke jetzt schon, wir müssen ich muss das ganze Zeug ablegen. Das geht so nicht. Ähm. Ja, und um einfach besseren Kontakt so ich weiß schon, Community-Technik da aufbauen zu können. Also ist schon, ist schon nicht schlecht. Jedenfalls, ähm, kommt da immer Facecam und es wird weniger von den Hauptprojekten geben. Also es wird mal Happy Wheels kommen, dann kommt mal Amnesia, dann kommen noch Amnesia Custom Maps. So, aber mehr erzähle ich jetzt erstmal nicht. Das werdet ihr dann alles sehen. Und es wird euch sehr, sehr gefallen. So, was nehmen wir denn hier noch? Das brauchen wir nicht. Dann legen wir den dann noch da rein. Die Gears brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Ähm. Wollen wir hier noch irgendwas? Ach, der Rasiere. Den können wir immer benutzen, ne? Rein theoretisch. Können wir uns mal die Kehle durchschneiden. So. Steine brauchen wir jetzt auch nicht. Die auch nicht. Den Schlafsack lassen wir mal lieber da. Man weiß ja nie. So, vielleicht sollte ich mal was essen. Ich brauche irgendwie... Ne, das geht jetzt. Das geht irgendwie noch nicht. Ich brauche irgendwas zum Futtern. Das geht schon mal so nicht. Äh, wo ist denn die Karte? Wir öffnen mal nochmal die Karte. So. Okay, wo kommen wir denn her? Wo haben wir denn eigentlich angefangen? Mal so eine ganz blöde Frage. Wie wäre es, wenn wir uns hier die ganzen Bären schnappen? Komm, das versuchen wir mal. Ich habe zwar echt keine Ahnung, ob das jetzt funktionieren wird. Was ich da jetzt vorhabe. Weil ich möchte ja möglichst lange überleben. Obwohl ich muss dazu sagen, ich mache hier nur so eine Challenge mit Tai. Liebe Grüße an der Stelle, falls du das gerade siehst. Mit Sicherheit siehst du das gerade. Ähm. Und sie hat das ja schon viel länger gespielt als ich. Soll jetzt keine Ausrede sein. Ich werde trotzdem mein Bestes geben. Aber. Ach, komm her. Nur um das mal zu erwähnen. Kann man denn nicht? Das geht doch nicht. So, okay. Äh. Lass mich mal was versuchen. Okay. Das wird nix. Das wird nix. Da wären wir sogar fast draufgegangen. Schwein, lass mich in Ruhe. Das ist eine Sauerei mit dir. So, ich. Müssen wieder zurück. Das hat so überhaupt keinen Sinn. Ich versuche, die 15 Tage zu knacken. Versprechen kann ich allerdings nichts. Wir müssen auf jeden Fall am nächsten Tag, dann im nächsten Part, mal schauen, dass wir Irgendwie Nahrung zu uns nehmen können. Rassieren wir uns jetzt erstmal. Wo ist denn der Rassierer? Da. Das ist so witzig. So witzig. Ich weiß ja, für was brauchen wir nochmal? I made him with my face. Ja, natürlich. Das ist mir klar, irgendwo. Äh. Was war denn das? Hä? Hä? Ach da. Da sind sie. So. Gut. So, kann ich den jetzt ausrollen? Und dann würde ich nämlich jetzt sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ja. Ich werde mich mal hier hinschlafen. Und bis dann. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare. um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran. Bis dann. 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 Vielen Dank.